Hallö. Du siehst voll schwul aus. Hey, du siehst voll schwul aus. Du hast Schminke im Gesicht. Vielleicht bin ich hier Indianer. Ich wollte gerade sagen, die schießen ja schon. Sollen wir mitmachen? Sollen wir auch gleich schießen? Alter, ich bin krass wurscht. Ja, schieß mal drauf. Ich schieß mit meiner Pistole drauf und meine Pistole irgendwie. Okay, scheiß drauf. Wir haben noch nie so viel gestoßen am Anfang. Das waren aber echt viele Hunde irgendwie. Ähm. Die sind echt in der Nähe. Ja, gleich hin. Gleich angreifen. Geht los. Ist das vielleicht gleich beim Hinweis oder so? Weißt du, wie die schon schießen? Ne, beim Hinweis ist das noch nicht ganz, aber die sind wahrscheinlich auf dem Weg dort und achten. Wir sind jetzt wieder bei diesem Mais... Ne, Weizenfell. Bei das großen Weizenfälle muss ich wieder an 1800 denken. Ja, stimmt. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir letztens überlegt euch mal die Siedlerkauf. Welche Siedlerkauf? Ja, also die neue Auflage von den anderen Siedlers. Ach so. Hm. Wollen wir die Tante da hinten gehören? Auf dem Dach, oder lassen wir die? Ne, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was da die Müsse ist. Obwohl, wir müssen eh da rein. Ich habe nur ein bisschen Angst auf die anderen Spieler, weil die sind so nah. Komm, laufe mal, ich bin in den Wald rein. Ja nicht, ich hätte die jetzt... Ich glaube, die sind ja dabei. Weil im Feld... Ich glaube, die sind ja dabei. Weil im Feld kann man sich gleich nicht verstecken. Komm, die sind abgelenkt, glaube ich. Oh, fuck. Ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt... Ach, holen wir uns schnell den Hinweis, oder? Ja, wäre doof, wenn wir den jetzt... Warte, hast du Wurfmesser? Warte, hast du Wurfmesser oder so? Ich habe Wurfmesser. Ich habe auch Wurfmesser. Sehr schön. Scheiße. Oh, shit. Scheiße, ich habe alle daneben geworfen. Oh, Gott sei Dank. Hast du nicht sechs Wurfmesser? Na, ich tue die jetzt nicht aufheben. Na, ich hebe die jetzt auch nicht auf. Oh, nee. Ich bin so ein Kotzen, ehrlich. Einen Wurfmesser habe ich noch, aber... Nein! Ich habe daneben geworfen. Oh, shit. Ich musste jetzt schießen. Ja, ja, alles gut. Oh, eigentlich wollte ich mein Wurfmesser nehmen. Nein, egal. Oh, bitte, bitte! Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh, fuck. Oh. Habe ich dich erwischt schon? Nee, der andere hat mich erwischt schon. Oh, Alter. Ich dachte, das ist ein anderer Spieler. Nein! Scheiße, ich habe... Ich meine, der ist ein Verbeutel an. Ja, das hatte ich eben auch gerade das Problem. Oh, scheiße, Mann. Ja, wenn das Messer auf einmal auf einer anderen Taste ist, wo es davor immer war. Ah, 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 ah. Kannst du bitte... Das gibt's doch nicht. Wo kommen die alle her? Also, der Stelle vor, da wäre es ein Spieler gewesen. Na gut, zack. Wie viele Lampen hier vor mir... Wenn du dich heilen musst, hier ist ein Ding... Ja, ja, unbedingt. Hä, nein, ich will die nicht. Leg die wieder hin? Schnell weg hier. Das war gerade schon viel zu laut und viel zu... Ähm, wir haben jetzt einen Hinweis für einen schlechter Aufräum, alles klar. Hä? Hä? Ach, wir sind im ersten Gebiet jetzt. Wir sind im Großen. Gott. Das ist dumm. Hä, wo laufen wir hin? Wir könnten auch einfach nach vorne laufen, jetzt ist am nächsten. Ja, komm. Gehen wir zum nächsten einfach. Warte, wo... Ja. Ich hab eh ne Daily Challenge mit äh... Schlechter Token rausbringen, also alles gut. Okay. Ach du Scheiße. Natürlich, da ist wie so ein Seeteufel. Oh, Gott zu Dank. Loll. Ah, da. Wo ist es denn jetzt? Da hinten. Ich hab das Gefühl, dass da die anderen Spieler sind. Wieso habe ich dieses Gefühl? Wir sind so unwersichtig gerade. Wir sind so unwersichtig gerade. Soll das? Ja. Ja. Da liegt ne äh... Pferd oder ist es tot? Schau, schön tot zu sein. Unsere Spieler haben es wahrscheinlich getötet. Ey, das Tor ist ja auch offen. Ja, ja stimmt. Das Fenster ist dort offen. Schau wegen... Entschuldigung. Schau wegen Fallen, nicht dass da Fallen hinter dem Fenster sind und du da nur voll reinfällst oder so. Ah. Gut, wo geht's weiter? Oh. Äh. Oh. What the fuck? Oh. Gehst du drüber? Ja, es geht gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Ohne Witz. Jetzt. Ja, ähm. Sollen wir da hin oder sollen wir Spinne weitermachen? Uff. Ahja. Hey. Oh Mann, bist du denn ernst? Nein. Ach, hier geht's. Ach, hier geht's. Skiviert. Können wir Spinne machen. Können wir sagen, wenn wir da jetzt reingehen in den Selbstmord oder sowas? Aber brutal. Die machen ja jetzt schon Verbannungen, ne? Wie schnell ging das denn? Ja gut, wir haben jetzt relativ lang gebraucht, glaube ich, genau. Ja. Siehst du? Kann mir gar nicht so lang vor. Ach, wo ist sie denn eigentlich? Wo ist sie denn einfach extrem glücklich? Ach, wieder in dem Haus da vorne. Kann das sein, neben dem Keller, wo wir schon mal waren. Ah ja, wo wir letztes Mal die relativ coole Runde hatten, ne? Ja, mit der Spinne aber. Mhm. Ich geh mit Absicht ein bisschen aus, um den Wald zu checken. Also ich sehe niemanden. Aber im Grunde war doch da nur der eine Ausgang, oder? Weil wir hatten letztes Mal, haben wir keinen zweiten gefunden, oder? Ah, das wird Pferd. Graben. Ach. Ach, kack. Warte, ich hab nen Wurfmesser. Alter. Nice. Ach, ne, die Kirche. Ah, Spieler! Lol. Der hat mich voll erwischt. Hast du ihn? Ne, ich hab ihn. Lol. Okay, ich hab ihn gut getroffen, aber ich muss mich kurz heilen. Ja, ich muss mich kurz heilen. Lol. Ey, wie oft ich jetzt daneben geschossen hab? Oh, lecker. Ach komm, fick dich, du scheiß Viech. Ach, das war zu doof. Haben wir einen Xang? Lol. Ich kann ihn auf die Beine schießen. Komm schon. Nein. Bleib da. Ach, ich schieße die ganze Zeit daneben. Hier sind mehrere Spieler. Was ich nur gesagt hab. Im Haus und außerhalb des Hauses auch nochmal. Wie oft schieße ich mit diesem Gewehr daneben? Das ist ja furchtbar. Ja, ich schieße auch grad nur daneben. Alter, das wär jetzt echt nicht schwer gewesen, sich ihn zu treffen. Aber mir auch nicht. Ach, wie soll ich mich jetzt angestellt? Da sind nochmal mehrere Spieler. Ja. Lol, der hat mich mit der Dynamitstange echt gut getroffen. Ja, ich hab einen. Einer ist tot. Jetzt könnt's die Blutung stoppen. Einer ist tot. Okay. Ich laut schnell nach. Oh, fuck. Bleib bitte am Leben, ohne Witz. Oh, nee. Das ist für das Haare, glaub ich, bei mir. Wo war der? Scheiße. Wo bist denn du eigentlich? Der ist über mir. Wo bist du eigentlich? Ach, da. Na ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Der kämpft gegen mich. Der kämpft gegen mich. Er hat mich getroffen. Du könntest ihn jetzt schön angreifen, weil der grad ein bisschen abgelenkt ist von mir. Wo ist denn jetzt? Jetzt hab ich ihn verloren. Der ist reingelaufen. Oh mein Gott. Lol, ich bin meine eigene Dynamitstange reingelaufen. Ich bin sein Held. Ich stell mich grad an mit dem Schießen. Ich trau mich nicht ins Haus zu gehen. Wo bist du? Ich bin hinterm Haus. Noch keiner hat das Kopfgeld geholt. Ich muss mich kurz heilen. Ah. Wo bist du? Er ist immer noch im Haus. Ich hör's. Rechts neben mir. Kann nett durch Holz durchschießen, ne? Wenn ich ihn jetzt nochmal finden würde. Vielleicht sollten wir jetzt zusammengebleiben, ha? Ja. Ich seh dich. Ich komm langsam in deine Richtung. Ich hör'n die ganze Zeit rumrennen. Wo bist du? Wo bist du? Also wo bist du, Max? Langsam könnte ich. Ich seh' dich. Ich bin in deiner Nähe. Ja. Da halte ich mal ein bisschen. Weil ich hab' Angst, dass er irgendwie seinen Teamkollegen da draußen wiederbeleben will. Bist du bei der Leiche? Nein, die Leiche ist auch auf der anderen Seite vom Haus. Aber ich hör'n da drin noch rumrennen. Ich komm jetzt zu dir. Nicht schießen. Ich weiß nur nicht, sobald ich die Tür öffne. Ich würde wissen, wo wir sind. Das sind noch mehr Gespüle. Komm schnell zu mir, weil ich glaub' der ist echt nah, ganz nah bei mir. Ich bin bei dir. Ich bin fünf Meter von dir weg. Der ist hier. Der ist hier. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja. Hab' ihn. Vorsicht, da ist er da draußen. Hab' ihn. Jawohl. Ach, er hat seinen anderen Teamkollegen wiederbelebt, glaub' ich. Loll, Alter. Schau' schnell nach, ob irgendwo wer ist. Kannst du schon. Siehst du wen? Ne. Achso, wat? So hast du ganz. Ne, ich seh' keinen. So, mal für uns verpissen. Hoch zum Ausgang. Oder soll man die Spinde machen? Ja, die Spinde ist noch nicht voll gespannt. Achso, war hier? Ja, ich weiß das auch nicht so. Laufen wir erstmal Richtung Aushauen. Okay. Rat' ich schon noch mal. Wir können... Wir können... Ich hab' geschossen, ich hab' geschossen, ich hab' geschossen. Warte, hinten ist auch ein Hinweis. Wir könnten ja mal den Hinweis... Oh Gott. Okay, die Waffe hat zwar richtig fettes Magazin, aber so ungenau. Meine Fresse. Ich hab' keine Muni mehr, ne? Holy Shit. Fällt mir ganz auf. Ey, im Haus waren Muni-Küsten. Na, jetzt zurückrennen, ich weiß nicht. Du hast ja Schrotflind, oder? Nö. Nö? Nö. Weil du auf naher Entfernung so Fettschatten gemacht hast, dann. Ich guck mal in dem Haus, ob da Muni ist. Da ist nur... Oh, zum Heilen ist das gut, ja. Heilen, das brauche ich jetzt, ja. Aber ich habe leider keine Muni-Küste hier drin. Gehen wir mal weiter. Gott, Alter. Ich glaube, ich habe den einen gekillt, der andere ist rausgerannt, hat ihn wiederbelebt. Und jetzt haben wir versucht... Habe ich schon noch mal ganz kurz. Haben wir versucht noch mal zu zweit. Seh' nix. Das laufe... Also hast du jetzt drei Leute gekillt, oder? Ich glaube schon, ja. Krass. Jetzt gehst du voll ab. Was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Voll der Wechsel eigentlich jetzt. Jetzt mach ich keine Kills, aber du hast die ganzen Kills. Also waren das grad Schüsse, oder? Hm, ich glaube nicht. Nicht, nein. Karte-Akusschüsse. Achso. Ui. Ähm. Max? Ja. Was? Gehen wir zur Spinne. Du hast aber keine Muni, oder? Vorsicht, da ist ne Tanne. Ja, ich wollte auch grad kennen. Aber ich geh mal davon aus, dass wenn hier die Spinne ist, dass hier Muni liegt. Sollten echt zusammenbleiben jetzt, vor allem jetzt wo wir die Beute haben. Ja, sorry, warte. Ich tue nochmal schau'n. Munition liegen. Munition, Munition. Ich seh' nichts. Ich trau's mit. Hier ist nochmal Leben, toll. Kein Mensch. Da ist ein Hammer. Ne, Lampe wär vielleicht gar nicht, ach, die wär vielleicht drin dann. Lass draußen mal ein paar Viecher am Leben, weil das könnte andere Spieler verraten. Ja. Aber komm, geh mal rein, oder? Ja, und ich hab schnell Lampe geholt. Zum Werfen. Warte, ich schau'n mal ganz kurz. E-e-e. Ich seh' nichts. Du musst irgendwo Muni sein, ne? Uh, die ist gleich oben. Oh. Hier ist Muni. Hab Muni. Schmeckt's super. Schmeckt's super. Ich renn' mal raus zum Nachladen. Uh, mach hinne. Hahaha. Warte, dann geh' ich mal kurz rein. Wer? Uh, lol. Ihr seid direkt über uns. Alter. Fies. Wo ist denn? Heller. Also, ich seh' keinen anderen Spieler. Wir können uns erstmal auf die Spinne konzentrieren. Ich hab' keine Sicht mehr. Wo, wo, wo. Oh, was. Oh, Mann. Toll. Loll. Bist du lauf? Loll. Hast. Ah, das sind aber andere Viecher. Deswegen. Die Bällen legen andere Viecher. Das gift meines. Ja. Find ich doch. Ist gleich tot. Loll. Loll. Ich vielleicht bin ich wieder vergiftet. Ja, aber da ist ein Batzen so ein giftiger. Oh, nein. Ach, sie ist gleich tot. Oh, nein. Die Hunde ist schon wieder? Ja, das sind immer noch die gleichen Viecher wie hier. Wo ist er denn? Da. Hab's erwischt. Nein. Du tust mich jetzt nicht angespülen. Doch, sie ist schon tot. Ich glaub, sie ist schon tot, oder? Hey, es stirbt halt. Ich bin schon wieder lahm mit meinem Muni. Neu. Ne, die Muni geht mir so schnell aus, aber... Ich weiß aber nicht warum. Aber ich glaube, ich muss wirklich... Hier, ne Muni. Ich glaube, ich muss wirklich die Waffe we- äh, wechseln. Meine, ich find die gar nicht mehr so schlecht. Ich komm mit meiner grade nicht zurecht. Wenn du damit triffst, macht die echt Schaden. Ne, die ist, äh, was weiß ich, 15 Schuss. Schau mal, wie genau die ist. Gewehrflinte da. Ach, irgendwie. Warte, ich mach mal die schon. Oh ja, die ist ziemlich genau. Hast du noch ne Sicht? Was? Ja, das sind vier. Vier Stück. Dann kannst du jetzt noch was rumgucken. Also, ich seh keine orangenen Flecken. Kann das sein, als ob wir alleine sind auf der Karte? Ne. Das kann doch nicht sein, oder? Das glaub ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, die anderen... Nein, nicht. Wohl. Ich weiß ja nicht. Ich glaub nicht. Wir haben einen guten Kampf gehabt. Das muss nicht noch mehr sein. Ja. Ne, ich bin gerade... Ich bin gerade verwundert, oder? Die haben sich wirklich alle gegenseitig gekillt. Keine Ahnung. Wir haben alle beim Schlechter. Hier ist auch noch mehr Muni, das ist sehr gut. Aber wir haben ja nur gegen ein Team gespielt, oder? Ne, da waren mehrere, oder? Na gut, wenn da jetzt zwei tote Teams sind. Beim Schlechter... Und eventuell auch mehr. Was? Ich glaube, ich hab die Treppe gehört, die Metalltreppe. Kannst du noch mal gucken? Ne, das war ich, das war ich. Achso. Du schaffst, das wird draußen böse. Ne, 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 ne. Das war ich hier, schau. Ah, okay, ja. Sind wir so ein komischem Rahmen. Aber ich kann trotzdem noch mal gucken, warte. Ich seh nichts Oranges. Boah, da musst du dich voll beeilen, ey. Weil das so schnell alle geht. Ja, ja. Mach hin, ey. Mach hin, ey. Mach hin, ey. Ich fang an zu schießen, keine Sorge. Wieso schießt du? Ne, ich schieß grad auf so ein fettes Viech. Na schon. Weil, falls da andere Spieler sind, kommen die dann... Haben sie Angst, weil wir... Weil die denken dann, dass wir gegen andere Spieler spielen. Mhm. Weil das wir da sind, wissen sie sowieso. Hä, ich bin schon wieder da, Alter. Wie wenig Muni hat denn das Ding? Lol. Wie viel Schuss hast du denn im Magazin drin? Ähm, sieben. Hm, okay. Aber anscheinend nur zwei Magazinen, oder so. Oh, passt. Und aufgeh. Guck ich mal, guck, 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 guck. Warte, guck. Warte, guck. Warte, guck. Warte, guck. Jetzt das Cocktail nehmen. Und, hauen wir ab. Wo ist der Ausgang? Direkt vor uns. Sehr schön. also ich habe fast das gefühl wir sind alleine auf der karte das kann doch nicht sein oder da wären doch schon längst andere spieler wir haben ein team gekillt und jetzt haben wir uns die zweite beute geholt weil wir auch wenn wir jetzt alleine sind trotzdem waren wir so trotzdem waren wir so mutig und haben uns noch für die spinne getraut zu machen obwohl es ein risiko dargestellt hat wenn es klappt umso besser geiler scheiß wirklich dass man so ein bisschen im wald bleiben wegen hinterhalt oder so ich sehe nichts stimmt die haben ja auch noch stimmt die zügliche zwei nährer vergessen so höher pferde höher was sehe ich sie nicht alles alles im blumen bereich aber ich muss ehrlich zugeben ich habe jetzt nicht alles so viel macht irgendwie eine runde spannend war die ich glaube mit den anderen spielern wo man gegriffen haben ja ja schon aber du hast alle kills gemacht ich habe gar nichts gemacht ja und sonst immer andersrum ja egal ja aber ich muss die waffe wechseln mit der treffe nix ich glaube ich habe echt ungelogen 15 mal daneben geschossen obwohl sie den fast direkt vor mir gestanden sind ne na gut das war bei mir aber auch oft da brauche ich ja wir haben den schlachter nicht mehr getötet ne und geile scheiß stimmt die verbannung haben wir leider nicht bekommen dafür naja wurscht durchmarsch bonus durchmarsch bonus bäh hellen sieben hellen hunden erfittern scheiße 32 stufe 2 sehr schön Ja, 4600 Punkte, das ist nicht schlecht. Sehr gut sogar. Ja, so Level 26 und 27 müssten wir das werden. Nee, mehr. Wir werden, glaube ich, sogar über 30 kommen jetzt. Oder? Nee, doch nicht. Nee, glaube ich nicht. 26 kann schon 27. Ja, 26. 25. Fast 26. Ja. Ja, Schruttstunde. Ech, Schlau-Schützengelände. Hey, was ist denn das? Daily Challenge completed. Yay! Hey, wie bist du? Geiler Scheiß. Ich auch? Nee. Hey, ich hätte zwei schlechte extra hin müssen. Naja, vielleicht hat die Spinning gezählt, was weiß ich. Geiler Scheiß. Nice! Uh, ich habe jetzt genau eine KD von 1 zu 0. 28, 28. Ehrlich? Ja. Dann sind wir jetzt exakt gleich. Heftiger Scheiß. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zur nächsten Runde. Ciao. 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 Ciao.